Vor vielen hundert Jahren sind sie hierher gekommen, in Zeiten Ivan des Schrecklichen. Sie nannten sich die Pomoren, die am Meer wohnenden, weil alle anderen Russen fern der Küste lebten. Die ersten russischen Fischer auf dem Meer, doch der Zar verbot ihn weit auf See zu fahren, damit sie ja keine Fremden treffen. Alles hat Tradition in Russland. Die Hafenstadt heißt Belumorsk, die Stadt am Weißen Meer. Name und Lage adeln den Ort, aber es ist ein Adel ohne jeden Stolz. Und nicht nur, weil es tiefer Winter ist, ein Hafenkapitän und fast keine Schiffe. Und keiner, der ihm per Funk baldige Ankunft verspricht. Um ehrlich zu sein, das Leben hier ist nicht besonders toll. Wir haben praktisch keine Arbeit. Das Interesse für den Norden ist verflogen und der Kanal liegt auch im Sommer still. Und der Hafen? Der Hafen arbeitet nicht, denn es gibt keinen Frachtverkehr mehr. Es gibt überhaupt keine Schiffe. Und wie kann man hier leben, wenn der Hafen nicht arbeitet? Nun, wie? Wo sollen wir denn sonst leben? Wissen Sie, nicht jeder kann gehen, wohin er will. Die Menschen haben sich einfach an alles gewöhnt. Der Stern ist vergilbt, der einst den Weg in die Höhen einer lichten Zukunft wies. Die großen Pläne und Ideen, ihr düsteres Erbe, lastet schwer auf den Provinzen. 800 Kilometer nördlich von St. Petersburg, für Russland keine Entfernung und doch jenseits der Metropole ein anderes Land. Der Kanal verbindet die Welt nicht. Seine tragische Geschichte steht am Anfang unserer Reise. Schifffahrtsweg von der Ostsee zu den Meeren des Nordens sollte er sein. In Erinnerung bleibt er als ein Grab für viele Zehntausende. Mit den Händen haben sie graben müssen und mit Schaufeln und Spaten. So viele Menschen sind hier gestorben. Auf den Knochen der Menschen wurde der Kanal gebaut. Er ist als Kind dabei gewesen. Ein Zeuge jenes monströsen Versuches, Russland in die Moderne zu peitschen. Überliefert wird, dass Stalin die Trasse des Kanals mit dem Stiel seiner Pfeife auf der Landkarte markiert habe. Das erste seiner mörderischen Wahnsinnsprojekte, mit denen er die Wirtschaft entwickeln wollte. Gefangene aus dem ganzen Land wurden hierher geschafft. Intellektuelle, Professoren, Bauern, all jene, die in die Fänge des Terrors geraten waren. Zweieinhalbtausend Tote im Monat. Im Mai 1933 machte der Diktator die erste Fahrt. Obwohl der Kanal viel zu schmal und nicht tief genug, ließ er ihn feiern als kommunistischen Sieg. Ob des großen Erfolges ließ Stalin die Zigarettenmarke Billo Morst schaffen, die zu beliebtesten des Landes wurde. Jetzt mit dem Hinweis versehen, das Rauchen der Gesundheit schade. Alles andere vergeblich. Der russische Mythos vom Norden, vom freien und reinen Leben. Während Sibirien schon erschlossen wurde, blieb dies eine lange vergessene Region. Die Landstraße nimmt ihren Anfang in Sankt Petersburg an der Ostsee gelegen. In Billo Morst trifft sie auf die Küste des Weißen Meeres. Wie auch der Kanal, der die beiden Meere verbinden sollte. Nördlich vom Billo Morst wird der Polarkreis überquert. Und dann öffnet sich die Halbinsel Kola. Ganz im Norden, Murmansk, der Hafen, der im Winter eisfrei bleibt. Die Küstenregion abgeriegelt als militärisches Sperrgebiet der U-Boot-Flotte wegen. Im Hinterland die Bodenschätze und giftige Industrieanlagen inmitten der Natur. Das Fischerdorf Umba. Acht Monate im Jahr sind Bucht und Meer zugefroren. Alexei zählt sich zu den Nachfahren der Pumoren, jener Russen, die stolz darauf sind, am Meer zu leben. Wie ein Held aus dem Märchen. Einer, der sich dem allgegenwärtigen Verfall widersetzt. Bootsbau, damit er in der langen Winterszeit nicht ohne Arbeit ist. Die Holzzwingen hat er selbst gebastelt. Vor sechs Jahren lebte noch ein alter Schiffsbauer. Zudem ist er in die Werkstatt gegangen. Ich musste mir nur ansehen, wie alles gemacht wird. Wie man mit Holz umgeht, wusste ich schon vorher. Ich habe zugesehen, wie er ein Boot gebaut hat. Ich bin heimgegangen und habe selbst angefangen. Wie haben sie gelernt, die unterschiedlichen Typen zu bauen? Um das zu verstehen, muss man am Meer aufgewachsen sein. Man muss es lieben und oft hinausfahren. Ein stolzer Hausherr, mit Möbeln aus der eigenen Werkstatt. Doch für das Dorf befürchtet er den Niedergang. Es wird getrunken. Und wie? Wie soll man das beschreiben? Nun, wie die Schweine, kann man sagen. Warum? Es ist die Freiheit. Viele können sich nicht daran gewöhnen. Sie leben wie im alten System. Daran sehe ich das Problem. Sie hatten im alten System einen Platz und können sich jetzt nicht anpassen. Und sie haben keine Wahl? Für viele gibt es keine andere Wahl mehr. Und viele sind schon verloren. Sehr viele sind verloren. Die Freunde von Alexei sind Fischer. Im kurzen Sommer auf dem offenen Meer, im langen Winter auf dem Eis. Früher haben sie auch in einer Holzfabrik Geld verdient. Doch die hat dichtgemacht. Am Ufer warten auf den Fang. Über dem Feuer das Wasser für die Fischsuppe. Ein Dorf ohne Zukunft, sagen sie. Die Vorzüge der Demokratie haben Umba nicht erreicht. Es stellt sich doch die Frage, was sich verändert hat, seit es den Sozialismus nicht mehr gibt. Nichts hat sich verändert. Kein bisschen. Aber jetzt gibt es die Freiheit. Ja, es gibt die Freiheit. Aber dadurch ist nichts besser geworden. Man kann sagen, was man will. Aber das Ergebnis ist null. Früher durfte man nicht alles sagen. Aber man hatte etwas. Heute kannst du sagen, was du willst. Aber es bringt nichts. Die Gewässer leer gefischt, weil der Fischfang zur einzigen Einnahmequelle geworden ist. Heute wieder nichts. Das Geschehen folgt einem geflügelten Wort in Russland. Wir haben das Beste versucht, aber dann kam es, wie es immer kommt. Ein Fischzug, der nichts gebracht hat, aber gleichwohl einen befriedigenden Ausklang verdient. Das geht es schon mal. Das geht es schon. Ich binOT. Auf dem Weg nach Norden. Das Klima wird rauer, dort wo die Cola-Halbinsel zur Schatzkammer wird. Schneesturm, der die lange Nacht noch dunkler erscheinen lässt. Leben nördlich des Polarkreises, die Stadt Montschegorsk. Die Schatzkammer, das sind die Bodenschätze. Und dazu gehört das Inferno, in dem sie verwertet werden. Nickel, Kobalt, Kupfer, so viel wert wie ein Königreich. Und es gibt auch einen König, aber der lebt in Moskau. Die Dämpfe von Schwefeldioxid und metallischen Giften haben das Land weit umverseucht. Auch dies ein Projekt der Stalin-Zeit. In Sowjetzeiten waren sie Spitzenverdiener, heute reicht es gerade zum Leben. Sergej ist schon Rentner und kann doch nicht fort. Ich habe nicht genug Geld, um wegzuziehen, sonst wäre ich schon längst weg. Meine Eltern leben im Ural. Ich denke oft darüber nach. Vielleicht werde ich bald gehen, wenn meine Tochter selbstständig ist. Jetzt kann ich einfach noch nicht. So geht es den meisten, die älter sind. Früher zogen viele mit erspartem Geld in den Süden. Doch die Ersparnisse gingen verloren in den Rubelturbulenzen. Lenin wacht noch immer über dem verlorenen Reich. Die neuen Hausherren sind diskreter. Das Werk, Teil eines Industrieimperiums, auf undurchsichtigen Wegen in den 90er Jahren akquiriert. Wie in Sowjetzeiten wird der Konzern von Moskau ausgesteuert. Dort bleibt auch das Geld. Die Gifte haben die Landschaft gezeichnet. Im engeren Umfeld wachsen überhaupt keine Bäume mehr. Eine Region, fast halb so groß wie die Bundesrepublik, erschlossen nur dort, wo sie ausgebeutet wird. Musik Nur auf dem Luftweg sind Dörfer der Urbevölkerung zu erreichen. Keine Straße führt dorthin, weder im Sommer noch im Winter. Das Dorf Krasnuscelli wurde wegen Geldmangels schon seit Wochen nicht mehr angeflogen. Mit Dankbarkeit nutzen sie unseren Flug zum Transport. Nahrungsmittel, Medikamente. Das Empfangskomitee. In Aufregung, nicht wegen der Journalisten, sondern wegen der Ladung. Ein Dorf der Rentierzüchter. In Sowjetzeiten mitten in die Wildnis gesetzt, damit auch die Samen in sozialistischer Ordnung leben dürfen. Sie sind Verwandte der Samen in Skandinavien. Aber mehr noch als dort hat die Geschichte hier ihr Volk aufgerieben. Den alten Traditionen entwöhnt vor neuen Bedrohungen. Großmutter Antonino ist vor 35 Jahren nach Krasnuscelli gekommen. Auf Anordnung von oben, umgesiedelt. Herumgestoßen. Sie fürchten, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Gruppenbild mit Nachfahren. Aber nicht einmal sie kann heute Samisch sprechen, weil das in Sowjetzeiten ein Tabu war. Als ich heiratete, sagte mein Mann, dass ich Samisch nicht sprechen darf. Und das war's. Er war ja mein Herr. Und die Mutter hat es auch verboten. Ja, so habe ich nie gelernt, meine Sprache zu sprechen. Er ist schon bereit, auf dem Weg zu den Hirten, die bei der Herde sind. Sechs Stunden auf dem Schlitten. Er hat nichts dagegen. Er ist schon bereit, auf dem Weg zu sprechen. Er ist schon bereit, auf dem Weg zu sprechen. Ihre Sorge, dass sie in einem juristischen Krieg gegen die Bezirksverwaltung verlieren, die will das Gebiet touristisch nutzen und droht mit einem Verbot der Rentierhaltung. Das Fleisch exportieren sie nach Schweden. Sie leben mit den Tieren und von den Tieren. Den Sozialismus haben sie recht und schlecht überlebt. Jetzt fürchten sie, dass sie Opfer einer korrupten Bürokratie werden, die auf ausländische Jäger und Urlauber setzt. Die Verwaltung hilft nicht. Sie schadet. Nur wenn du Rentiere hast und du gut mit ihnen umgehst, hast du eine Zukunft. Wenn sie aber die Rentierzucht verbieten, was bleibt uns noch? Dann müssen wir wegziehen von hier. In der Stadt wohnen. Das sind wir doch nicht gewohnt. Weiterfahrt um die Herde zu suchen. Nun schon mit einem Schlitten der alten Art. Doch die Herde hat Schutz gesucht vor dem aufkommenden Schneesturm. Nur einer ist geblieben. Heimkehr ist angesagt. Schon jetzt sind Weg und Spuren verweht. In der Tundra ist die Natur stärker als der Mensch. Und die Samen sind nicht so töricht, dies nicht zu achten. Im Dorf Schneesturm auch noch am nächsten Tag. In der Schule vertraute und strenge Töne. Nina liebt die deutsche Sprache, obwohl sie selbst noch nie in Deutschland war. Wir lernen Deutsch jetzt, ja? Wir lernen. Wahrscheinlich gefällt man Deutsch jetzt. Nicht alle Schüler. Einige Schüler sind faul. Viele, mehr, ja? Richtig. Kinder sind faul hier. Dorf, das ist Dorf, ein Dorf. Die Kinder lernen nicht gern. Nicht nur Deutsch, alle anderen Fächer. Ja, schwach. Die Leute, die Frauen hier, die Frauen saufen hier viel. Oh. Und ihre Männer auch. Die Kinder sind schwach. Sam. Der Norden eben. Der Windmesser signalisiert Flugwetter nach drei Tagen des Wartens. Der Flughafen von Krasnuscelli überrascht mit einer Bewährungsprobe. Denn der Hubschrauber ist nicht gekommen. Es gibt Situationen, in denen man nicht weiß, was man sich wünschen soll. Die Weiterreise ja. Aber mit diesem Flugzeug? Schon der Abflug mit Hindernissen. Die Kufen sind festgefroren. Der Pilot sagt nicht nötig, dass er jetzt filmt. Er weiß warum. Denn das Hilfsmittel wirkt nicht sehr elegant. Der Holzhammer gehört zur Bordausrüstung. Noch ein bisschen Hilfe vom Bodenpersonal. Dann ein Ruck. Und es geht los. André, der mit seiner Tochter zum Arzt fliegt, ist der einzige, dem zum Lachen zumute ist. Die Mitreisenden haben weitsichtig Tüten mitgebracht. Der Flugzeugtyp, fast 80 Jahre alt. Und eigentlich ist der Einsatz inzwischen verboten. Aber neue Flugzeuge gibt es nicht. Und Hubschrauber sind zu teuer. Nach der Landung lächelt auch der Pilot. Antonov 2 heißt das Gerät. Den Reisenden unvergessen. Weiterfahrt im Zug in Richtung Momansk. Momansk, eine halbe Million Menschen lebt hier, weit nördlich des Polarkreises. Weil der Hafen eisfrei bleibt, stand das Militär an seiner Wiege. Vor 100 Jahren ging es noch ländlich zu. Im Ersten Weltkrieg verlangten die Generäle den Ausbau des Fischerdorfes, weil England über die Bucht Russland mit Kriegsgütern versorgte. Im Zweiten Weltkrieg, Kriegsentscheidend, weil hier die Amerikaner der von Deutschland überfallenen Sowjetunion Panzer und Lkw lieferten. Im Kalten Krieg aber geriet die Region völlig in die Hand der Militärs. Sie wurde Basis der Atom-U-Boot-Flotte, mit der Moskau im Kriegsfall den Nordatlantik beherrschen wollte. Murmansk heute. Das Zentrum ist farbiger als in der Sowjetzeit, wie in allen Provinzstädten Armut und einige wenige, die reich sind. Eine Stadt, die in der neuen Zeit eine neue Zukunft sucht, denn das Erbe der Vergangenheit lastet schwer. Rundum alles streng geheim. Das einzige Zugeständnis mitten in der Stadt, eine Anzeigetafel, die unter Wetterangaben auch die radioaktive Strahlung mutiert. Vier Mikrorentgen. Ich traue den Zahlen nicht. Ich kann auch viel schreiben. Ist das gefährlich hier? Natürlich ist das gefährlich. Und nicht nur für uns, sondern für die ganze Umwelt. Natürlich wissen wir, dass hier eine große Atomflotte liegt, zivil und militärisch. Natürlich ist das gefährlich. Es gibt auch noch ein Atomkraftwerk. Wir sind eingekreist. Das heißt, wenn hier etwas passiert, kommen wir gar nicht weg. Wenn es kälter ist als 20 Grad Minus, dampft das Wasser im Hafen. Gelegentlich sinkt die Temperatur auf fast 50 Grad Kälte. Dazu die polare Nacht. Acht Wochen lang steigt die Sonne nicht über den Horizont. Es sind die Ausläufer des Golfstroms, die das Wasser nicht gefrieren lassen. Musik Murmansk, Heimathafen der atomaren Eisbrecherflotte, die draußen auf dem Meer die Fahrräne freihält. Lening, heißt der Veteran, anfangs versenken sie den radioaktiven Abfall einfach im Meer. Seit Jahrzehnten liegt die Lepse im Hafen. Von allen toten Schiffen dieser Welt das fürchterlichste. 60 Jahre alt, zu keiner Reise mehr bestimmt. Ein schwimmender Abfalleimer für verbrauchte Brennstäbe. Streng bewacht, wird Menschenhand schon nicht mehr zu entladen. Ein kleines Schild für eine große Gefahr, die den europäischen Norden bedroht. Und weil Russland arm ist, sollen sich andere Staaten an der Entsorgung beteiligen. Doch noch ist die Sanierung über die Vorbereitung nicht hinausgekommen. Der Hafenkapitän führt Klage. Es ist schwierig. Andere Länder haben zwar Geld versprochen, doch es gibt viele Hindernisse. Das Geld wird in Zusammenarbeit bereitgestellt. Deshalb müssen sich alle miteinander abstimmen. Aber jedes Land hat seine eigenen Regeln. Vor diesen Problemen stehen wir. Das offene Wasser, der Bucht, die Momanst mit dem Meer verbindet. Die Gunst der Natur und ihr frevelhafter Nutzen. Erst der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte eine Ahnung von den Gefahren, die hier drohen. Selbst heute noch sind ausländische Besucher nicht willkommen. Aus der Luft gesehen eine Winteridylle im eisigen Norden. Fjorde, die tief in das Land eindringen. Das alles Sperrgebiet, weil hier die Heimathäfen der U-Boot-Flotte liegen. Der Gegner ist weg, aber die Küste, der wohl größte Lagerplatz für Atommüll weltweit. Die Bucht von Grimicha. U-Boote, die außer Dienst gestellt sind, weil sie keiner mehr braucht. Aber immer noch der Atomreaktor an Bord, wie eine tickende Zeitbombe. Für diese Bilder bekamen wir keine Genehmigung. Russische Freunde, finden sie. Die Saida-Bucht, ein anderer der gefürchteten Orte. U-Boote, die schon abgewrackt sind. Reaktorgehäuse sind im Container geschweißt und schwimmen im Wasser. Damit die Container nicht absacken, wird Luft zugepumpt. Unübersehbar die Zeichen des Verfalls. Der Schutz der Umwelt, sagen die Bilder, ist der russischen Kriegsmarine kein vorrangiges Anliegen. Blendende Natur und gleichzeitig ein Ort, der das Fürchten lehrt. Andreev im Lizza-Fjord. Ist es die Scham, ob solcher Bilder, oder dient das Verbot für Ausländer tatsächlich militärischem Geheimnis? Zu sehen ist nur ein kleiner Ausschnitt des Desasters. Alleine in Andreev liegen noch 20.000 Brennstäbe in Zwischenlagern an Land. Tausende Tonnen von flüssigen und festen radioaktiven Abfall. Eine Gefahr drohend wie Tschernobyl. Von dieser Bedrohung wüsste die Welt nichts oder wenig, gäbe es nicht die Umweltschutzorganisation Belona. Verfolgt von Geheimdienst und Militär, gab sie ein erstes öffentliches Bild der Bedrohung. Sie sind Helden unserer Tage. Andree Solotkov, der Belona in Murmansk gegründet hat, früher Ingenieur auf einem Atomeisbrecher. Nur mit ausländischer Hilfe sei das Problem zu lösen, sagt Andree, weil Russland nicht genug Geld habe. Wann die Gefahr gebannt sei, nicht einmal er wagt eine Schätzung. Ich kann das nicht einmal vermuten. Es wird ein Endlager geben für ausgemusterte Reaktorblöcke für 50 bis 100 Jahre. Aber es gibt Sachen, die noch viel länger gelagert werden müssen. Deshalb kann man noch lange nicht von einer Säuberung dieser Region sprechen. Noch einer, der sich Sorgen macht in Murmansk, der Gouverneur, der an jenem Tag in Moskau war, um mehr Freiheit zu erkämpfen. Am Abend kann man im Murmansker Lokalfernsehen erleben, wie er im Kreml gegen die Geheimnistuerei angeht. Bei Präsident Putin im Staatsrat führt er Klage, dass in den vergangenen Jahren ausländische Hilfe durch Geheimdienste und Militär verhindert worden sei. Eine Bedingung für ausländische Hilfe ist die Möglichkeit für Ausländer, jene Orte zu sehen, in die sie Geld investieren, damit sie überprüfen können, dass das Geld richtig verwendet wird. Wir müssen über das System der Geheimhaltung nachdenken. Dabei bin ich der Meinung, dass die manische Angst vor Spionen, die übermäßige Sucht nach Geheimhaltung, jede praktische Arbeit stört. In Murmansk hoffen sie auf Besserung. Die einzige Hafenstadt der Welt, in der die Bürger an keinem Platz das Meer sehen können, weil das Militär die gesamte Küste okkupiert. Murmansk, die Stadt geboren aus strategischem Interesse, will eine zivile Zukunft, die aber verträgt sich nicht mit dem Würgegriff der Soldaten. Die Obsession der Admirele, alles geheim halten zu wollen, sie ist so schicksalhaft für das Land wie der russische Winter. Auch Putin musste das schon erfahren, damals, als die Kursk unterging und nicht einmal er richtig informiert wurde. In einem Fjord wie diesem lag die Kursk, bevor die eigenen Waffen das Schiff versenken. In diesem Klima leben die U-Boot-Fahrer und ihre Familien. Acht Monate Winter im Jahr. Ihre Häuser für dieses Wetter nicht konzipiert, weshalb die Wohnungen kalt sind. Eine verschworene Gemeinschaft sind sie. Treffen nach russischer Art in einer Küche. Die Mannschaft der Kursk, das waren ihre Freunde. Leben und Sterben im Elend der Streitkräfte. Manchmal haben sie ein halbes Jahr keine Koupé gesoldt bekommen. Als die Tragödie der Kursk geschah, herrschte gerade wieder eine schwierige Geldsituation und alle waren nur mit einem Problem beschäftigt, wie überleben. Und das galt auch für die Mannschaft. Die Lügen der Führung nach dem Untergang muss man bestrafen. Obgleich es besser geworden ist. Die Komsomolitz seiner Zeit ist still und leise untergegangen. Bei der Kursk gab es ein großes Echo. Wir haben heutzutage keine Angst mehr, die Wahrheit zu sagen. Oder nicht mehr so viel. Man darf keine Angst haben vor diesen Beamten. Nur wenn alles offen gesagt wird, werden wir besser leben. Es gehört zum Ritual, das auf eine bessere Zukunft getrunken wird. Man möchte wünschen, dass es hilft. Letzte Etappe, Weg an die nördliche Grenze, wo das Land einst zu Finnland gehörte. Sowjetischer Zugewinn aus dem Zweiten Weltkrieg, der Bodenschätze wie ihm. Musik Mehr als 50 Kilometer vor der Grenze, der Sicherheitsstreifen. Patrouillen sichern den Stacheldraht. Wer wollte wohl in dieser kalten Einsamkeit das Land bedrohen? Man wehnt sich im Spielfilm bei jenen, die aus der Kälte kamen. Musik So blieb es seit den Zeiten der Sowjetunion. An jeder Straße, die zur Küste und Grenze führt, verstellen Posten den Weg, verlangen Dokument oder Passierschein. Musik 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 Schon die Finnen hatten hier Erz abgebaut und damals schon begann auch das Zerstörungswerk an der Natur. Schichtwechsel. Sie fahren im Dunkeln hinunter und nach der Schicht ist es wieder dunkel. Abfahrt in den Schacht, 1000 Meter tief. Ein Labyrinth unter Tag. Mehr als eine halbe Stunde führt der Weg bergab. Auch hier fühlt man sich wie in einer Filmkulisse. Aber das Gefühl der Bedrängung und Unsicherheit ist wirklich. Tief unten der Abbau des Gesteins mit schwerem Gerät. Kupfer und Nickel. Die Metalle sind das Fundament für ein gigantisches Industrieimperium, dessen junger Eigner zu den reichsten der Reichen in Russland gehört. Die Löhne nominell höher als in Sowjetzeiten. Doch heute ist das Leben teurer. Im Süden ist es sicher besser als im Norden. Aber so leben und arbeiten wir eben. Hier haben wir einen Arbeitsplatz und auch eine Wohnung. Wo sollen wir hin? Sind Sie zufrieden? Ob nun zufrieden oder nicht zufrieden, was soll man denn schon tun? Und die Zukunft? In der Zukunft? Ich weiß nicht. Die Zukunft wird selten besser. Im Pausenraum, tief unter der Erde. Sie sind hart im Nehmen. Ihr Privileg, dass sie schon mit 45 in die Rente gehen können. Aber keiner tut es, weil er davon nicht leben kann. Politik ein fernes Thema. Es ist egal, wer regiert. Kein Unterschied. Der eine läuft mehr beim Volk rum, der andere hat mehr getrunken. Wir brauchen normale Leute, die das Volk achten. Dann wird es endlich besser werden. Worte, die ihn verliegen machen. Ich bin schon Rentner. Ich habe nichts zu befürchten und kann das sagen. Natürlich ist Putin besser als Jelzin. Das muss man schon sagen. Weil er weniger trinkt. Genau so ist es. Die wirkliche Hölle. Man findet sie hier über der Erde. Dort, wo das Erz verarbeitet wird. Rauch und Dämpfe, Vergiftung für hunderte Quadratkilometer, weshalb Nachbarn Norwegen schon Einspruch erhoben hat. Kümmerliche Filter, die die Arbeiter schützen sollen. Ein Ofen ist schon stillgelegt. Und unsicher, die Zukunft des Werkes. Die Arbeitsplätze knapp und gefährdet. Wenn sie der sowjetischen Zeit nachtrauern, dann nicht, weil die Arbeit damals weniger giftig war. Aber damals konnten sie wenigstens krank werden. Nein, die Leute hier werden nicht oft krank. Wer krank wird, wird abgebaut, kommt vielleicht noch auf einen belegen Arbeitsplatz. Deshalb musst du arbeiten, selbst wenn du krank bist. Sonst fliegst du raus. Die Halbinsel Kola, sie umfasst Glück und Unglück des neuen Russlands. Die Schatten der Vergangenheit, die Brüche des Übergangs, von dem keiner weiß, wohin er führt. Und als Glück wird schon empfunden, wenn im hohen Norden nach der polaren Nacht zum ersten Mal wieder die Sonne am Horizont zu sehen ist. Vor vielen hundert Jahren sind sie hierher gekommen, in Zeiten Ivan des Schrecklichen. Sie nannten sich die Pomoren, die am Meer wohnenden, weil alle anderen Russen fern der Küste lebten. Die ersten russischen Fischer auf dem Meer, doch der Zar verbot ihn weit auf See zu fahren, damit sie ja keine Fremden treffen. Alles hat Tradition in Russland. Die Hafenstadt heißt Belumorsk, die Stadt am Weißen Meer. Name und Lage adeln den Ort, aber es ist ein Adel ohne jeden Stolz. Und nicht nur, weil es tiefer Winter ist. Ein Hafenkapitän und fast keine Schiffe. Und keiner, der ihm per Funk baldige Ankunft verspricht. Um ehrlich zu sein, das Leben hier ist nicht besonders toll. Wir haben praktisch keine Arbeit. Das Interesse für den Norden ist verflogen und der Kanal liegt auch im Sommer still. Und der Hafen? Der Hafen arbeitet nicht, denn es gibt keinen Frachtverkehr mehr. Es gibt überhaupt keine Schiffe. Und wie kann man hier leben, wenn der Hafen nicht arbeitet? Nun, wie? Wo sollen wir denn sonst leben? Wissen Sie, nicht jeder kann gehen, wohin er will. Die Menschen haben sich einfach an alles gewöhnt. Der Stern ist vergilbt, der einst den Weg in die Höhen einer lichten Zukunft wies. Die großen Pläne und Ideen, ihr düsteres Erbe, lastet schwer auf den Provinzen. 800 Kilometer nördlich von St. Petersburg. Für Russland keine Entfernung und doch jenseits der Metropole ein Anrußland. Der Kanal verbindet die Welt nicht. Seine tragische Geschichte steht am Anfang unserer Reise. Schifffahrtsweg von der Ostsee zu den Meeren des Nordens sollte er sein. In Erinnerung bleibt er als ein Grab für viele Zehntausende. Mit den Händen haben sie graben müssen und mit Schaufeln und Spaten. So viele Menschen sind hier gestorben. Auf den Knochen der Menschen wurde der Kanal gebaut. Er ist als Kind dabei gewesen. Ein Zeuge jenes monströsen Versuches, Russland in die Moderne zu peitschen. Überliefert wird, dass Stalin die Trasse des Kanals mit dem Stiel seiner Pfeife auf der Landkarte markiert habe. Das erste seiner mörderischen Wahnsinnsprojekte, mit denen er die Wirtschaft entwickeln wollte. Gefangene aus dem ganzen Land wurden hierher geschafft. Intellektuelle, Professoren, Bauern, all jene, die in die Fänge des Terrors geraten waren. 2500 Tote im Monat. Im Mai 1933 machte der Diktator die erste Fahrt. Obwohl der Kanal viel zu schmal und nicht tief genug, ließ er ihn feiern als kommunistischen Sieg. Ob des großen Erfolges ließ Stalin die Zigarettenmarke Billo-Murst schaffen, die zu beliebtesten des Landes wurde. Jetzt mit dem Hinweis versehen, das Rauchen der Gesundheit schade. Alles andere vergeblich. Der russische Mythos vom Norden, vom freien und reinen Leben. Während Sibirien schon erschlossen wurde, blieb dies eine lange vergessene Region. Die Landstraße nimmt ihren Anfang in Sankt Petersburg an der Ostsee gelegen. In Billo-Mursk trifft sie auf die Küste des Weißen Meeres. Wie auch der Kanal, der die beiden Meere verbinden sollte. Nördlich vom Billo-Mursk wird der Polarkreis überquert. Und dann öffnet sich die Halbinsel Kola. Ganz im Norden, Momansk, der Hafen, der im Winter eisfrei bleibt. Die Küstenregion abgeriegelt als militärisches Sperrgebiet der U-Boot-Flotte wegen. Im Hinterland die Bodenschätze und giftige Industrieanlagen inmitten der Natur. Die Küstenregion abgeriegelt als militärisches Sperrgebiet der U-Boot. Das Fischerdorf Umba. Acht Monate im Jahr sind Bucht und Meer zugefroren. Alexei zählt sich zu den Nachfahren der Pomoren, jener Russen, die stolz darauf sind, am Meer zu leben. Wie ein Held aus dem Märchen. Einer, der sich dem allgegenwärtigen Verfall widersetzt. Bootsbau, damit er in der langen Winterszeit nicht ohne Arbeit ist. Die Holz zwingen hat er selbst gebastelt. Vor sechs Jahren lebte noch ein alter Schiffsbauer. Zudem ist er in die Werkstatt gegangen. Ich musste mir nur ansehen, wie alles gemacht wird. Wie man mit Holz umgeht, wusste ich schon vorher. Ich habe zugesehen, wie er ein Boot gebaut hat. Ich bin heimgegangen und habe selbst angefangen. Wie haben sie gelernt, die unterschiedlichen Typen zu bauen? Um das zu verstehen, muss man am Meer aufgewachsen sein. Man muss es lieben und oft hinausfahren. Ein stolzer Hausherr, mit Möbeln aus der eigenen Werkstatt. Doch für das Dorf befürchtet er den Niedergang. Es wird getrunken. Und wie? Wie soll man das beschreiben? Nun, wie die Schweine, kann man sagen. Warum? Es ist die Freiheit. Viele können sich nicht daran gewöhnen. Sie leben wie im alten System. Daran sehe ich das Problem. Sie hatten im alten System einen Platz und können sich jetzt nicht anpassen. Und sie haben keine Wahl? Für viele gibt es keine andere Wahl mehr. Und viele sind schon verloren. Sehr viele sind verloren. Die Freunde von Alexei sind Fischer. Im kurzen Sommer auf dem offenen Meer, im langen Winter auf dem Eis. Früher haben sie auch in einer Holzfabrik Geld verdient. Doch die hat dichtgemacht. Am Ufer warten auf den Fang. Über dem Feuer das Wasser für die Fischsuppe. Ein Dorf ohne Zukunft, sagen sie. Die Vorzüge der Demokratie haben Umba nicht erreicht. Es stellt sich doch die Frage, was sich verändert hat, seit es den Sozialismus nicht mehr gibt. Nichts hat sich verändert. Kein bisschen. Aber jetzt gibt es die Freiheit. Ja, es gibt die Freiheit. Aber dadurch ist nichts besser geworden. Man kann sagen, was man will. Aber das Ergebnis ist null. Früher durfte man nicht alles sagen. Aber man hatte etwas. Heute kannst du sagen, was du willst. Aber es bringt nichts. Die Gewässer leer gefischt, weil der Fischfang zur einzigen Einnahmequelle geworden ist. Heute wieder nichts. Das Geschehen folgt einem geflügelten Wort in Russland. Wir haben das Beste versucht, aber dann kam es, wie es immer kommt. Ein Fischzug, der nichts gebracht hat, aber gleichwohl einen befriedigenden Ausklang verdient. Das Geschehen folgt einem geflügelten Wort. Auf dem Weg nach Norden. Das Klima wird rauer. Dort, wo die Kohle-Halbinsel zur Schatzkammer wird. Schneesturm, der die lange Nacht noch dunkler erscheinen lässt. Leben nördlich des Polarkreises, die Stadt Montschegors. Die Schatzkammer, das sind die Bodenschätze. Und dazu gehört das Inferno, in dem sie verwertet werden. Nickel, Kobalt, Kupfer, so viel wert wie ein Königreich. Und es gibt auch einen König, aber der lebt in Moskau. Die Dämpfe von Schwefeldioxid und metallischen Giften haben das Land weit umverseucht. Auch dies ein Projekt der Stalin-Zeit. In Sowjetzeiten waren sie Spitzenverdiener, heute reicht es gerade zum Leben. Sergej ist schon Rentner und kann doch nicht fort. Ich habe nicht genug Geld, um wegzuziehen, sonst wäre ich schon längst weg. Meine Eltern leben im Ural. Ich denke oft darüber nach. Vielleicht werde ich bald gehen, wenn meine Tochter selbstständig ist. Jetzt kann ich einfach noch nicht. So geht es den meisten, die älter sind. Früher zogen viele mit erspartem Geld in den Süden. Doch die Ersparnisse gingen verloren in den Rubelturbulenzen. Lenin wacht noch immer über dem verlorenen Reich. Die neuen Hausherren sind diskreter. Das Werk, Teil eines Industrieimperiums, auf undurchsichtigen Wegen in den 90er Jahren akquiriert. Wie in Sowjetzeiten wird der Konzern von Moskau ausgesteuert. Dort bleibt auch das Geld. Die Gifte haben die Landschaft gezeichnet. Im engeren Umfeld wachsen überhaupt keine Bäume mehr. Eine Region, fast halb so groß wie die Bundesrepublik. Erschlossen nur dort, wo sie ausgebeutet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nur auf dem Luftweg sind Dörfer der Urbevölkerung zu erreichen. Keine Straße führt dorthin, weder im Sommer noch im Winter. Das Dorf Krasnuscelli wurde wegen Geldmangels schon seit Wochen nicht mehr angeflogen. Mit Dankbarkeit nutzen sie unseren Flug zum Transport. Nahrungsmittel, Medikamente. Nahrungsmittel, Medikamente. Das Empfangskomitee. In Aufregung, nicht wegen der Journalisten, sondern wegen der Ladung. Ein Dorf der Rentierzüchter. In Sowjetzeiten mitten in die Wildnis gesetzt, damit auch die Samen in sozialistischer Ordnung leben dürfen. Sie sind Verwandte der Samen in Skandinavien, aber mehr noch als dort hat die Geschichte hier ihr Volk aufgerieben. Den alten Traditionen entwöhnt vor neuen Bedrohungen. Großmutter Antonino ist vor 35 Jahren nach Krasnoschelli gekommen. Auf Anordnung von oben umgesiedelt. Herumgestoßen. Sie fürchten, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Gruppenbild mit Nachfahren. Aber nicht einmal sie kann heute Samisch sprechen, weil das in Sowjetzeiten ein Tabu war. Als ich heiratete, sagte mein Mann, dass ich Samisch nicht sprechen darf. Und das war's. Er war ja mein Herr. Und die Mutter hat es auch verboten. Ja, so habe ich nie gelernt, meine Sprache zu sprechen. Er ist schon bereit, auf dem Weg zu den Hirten, die bei der Herde sind. Sechs Stunden auf dem Schlitten. Er hat nichts dagegen. Musik 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 Ihre Sorge, dass sie in einem juristischen Krieg gegen die Bezirksverwaltung verlieren, die will das Gebiet touristisch nutzen. Musik Und droht mit einem Verbot der Rentierhaltung. Musik Das Fleisch exportieren sie nach Schweden. Musik Sie leben mit den Tieren und von den Tieren. Musik Den Sozialismus haben sie recht und schlecht überlebt. Musik Jetzt fürchten sie, dass sie Opfer einer korrupten Bürokratie werden, die auf ausländische Jäger und Urlauber setzt. Musik Die Verwaltung hilft nicht. Sie schadet. Nur wenn du Rentiere hast und du gut mit ihnen umgehst, hast du eine Zukunft. Musik Wenn sie aber die Rentezucht verbieten, was bleibt uns noch? Dann müssen wir wegziehen von hier. In der Stadt wohnen. Das sind wir doch nicht gewohnt. Musik Weiterfahrt um die Herde zu suchen. Nun schon mit einem Schlitten der alten Art. Musik Doch die Herde hat Schutz gesucht vor dem aufkommenden Schneesturm. Nur einer ist geblieben. Musik Heimkehr ist angesagt. Schon jetzt sind Weg und Spuren verweht. Musik In der Tundra ist die Natur stärker als der Mensch und die Samen sind nicht so töricht, dies nicht zu achten. Musik Im Dorf Schneesturm auch noch am nächsten Tag. In der Schule vertraute und strenge Töne. Musik Ich fahre, ich fahre und was machst du? Ich laufe schön, ich laufe schön und du und du und du. Ich laufe schön, ich laufe schön und was machst du? Musik Nina liebt die deutsche Sprache, obwohl sie selbst noch nie in Deutschland war. Wir lernen Deutsch jetzt. Wir lernen. Wahrscheinlich gefällt man Deutsch jetzt nicht alle Schülern. Einige Schüler sind faul. Kinder sind faul hier. Das ist ein Dorf, ein Dorf. Die Kinder lernen nicht gern. Nicht nur Deutsch, alle anderen Fächer. Schwach. Die Leute, die Frauen hier, die Frauen saufen hier viel. Oh. Und ihre Männer auch. Die Kinder sind schwach. Norden. Ich kenne Sam. Der Norden eben. Der Windmesser signalisiert Flugwetter nach drei Tagen des Wartens. Der Flughafen von Krasnuscelli überrascht mit einer Bewährungsprobe. Denn der Hubschrauber ist nicht gekommen. Es gibt Situationen, in denen man nicht weiß, was man sich wünschen soll. Die Weiterreise ja. Aber mit diesem Flugzeug? Schon der Abflug mit Hindernissen. Die Kufen sind festgefroren. Der Pilot sagt nicht nötig, dass ihr jetzt filmt. Er weiß warum. Denn das Hilfsmittel wirkt nicht sehr elegant. Der Holzhammer gehört zur Bordausrüstung. Noch ein bisschen Hilfe vom Bodenpersonal, dann ein Ruck und es geht los. André, der mit seiner Tochter zum Arzt fliegt, ist der einzige, dem zum Lachen zumute ist. Die Mitreisenden haben weitsichtig Tüten mitgebracht. Der Flugzeugtyp fast 80 Jahre alt und eigentlich ist der Einsatz inzwischen verboten. Aber neue Flugzeuge gibt es nicht und Hubschrauber sind zu teuer. Nach der Landung lächelt auch der Pilot. Antonov 2 heißt das Gerät, den Reisenden unvergessen. Weiterfahrt im Zug in Richtung Murmansk. Murmansk. Eine halbe Million Menschen lebt hier, weit nördlich des Polarkreises. Weil der Hafen eisfrei bleibt, stand das Militär an seiner Wiege. Vor 100 Jahren ging es noch ländlich zu. Im Ersten Weltkrieg verlangten die Generäle den Ausbau des Fischerdorfes, weil England über die Bucht Russland mit Kriegsgütern versorgte. Im Zweiten Weltkrieg kriegsentscheidend, weil hier die Amerikaner der von Deutschland überfallenen Sowjetunion Panzer und LKW lieferten. Im Kalten Krieg aber geriet die Region völlig in die Hand der Militärs. Sie wurde Basis der Atom-U-Boot-Flotte, mit der Moskau im Kriegsfall den Nordatlantik beherrschen wollte. Murmansk heute. Das Zentrum ist farbiger als in der Sowjetzeit, wie in allen Provinzstädten Armut und einige wenige, die reich sind. Eine Stadt, die in der neuen Zeit eine neue Zukunft sucht, denn das Erbe der Vergangenheit lastet schwer. Rundum alles streng geheim. Das einzige Zugeständnis mitten in der Stadt eine Anzeigetafel, die unter Wetterangaben auch die radioaktive Strahlung mutiert. Vier Mikrorentgen. Ich traue den Zahlen nicht. Ich kann auch viel schreiben. Ist das gefährlich hier? Natürlich ist das gefährlich. Und nicht nur für uns, sondern für die ganze Umwelt. Natürlich wissen wir, dass hier eine große Atomflotte liegt, zivil und militärisch. Natürlich ist das gefährlich. Es gibt auch noch ein Atomkraftwerk. Wir sind eingekreist. Das heißt, wenn hier etwas passiert, kommen wir gar nicht weg. Wenn es kälter ist als 20 Grad minus, dampft das Wasser im Hafen. Gelegentlich sinkt die Temperatur auf fast 50 Grad Kälte. Dazu die polare Nacht. Acht Wochen lang steigt die Sonne nicht über den Horizont. Es sind die Ausläufer des Golfstroms, die das Wasser nicht gefrieren lassen. Das ist die Ausläufer des Golfstroms, die das Wasser nicht gefrieren lassen. Murmansk, Heimathafen der atomaren Eisbrecherflotte, die draußen auf dem Meer die Fahrende frei hält. Lenin, heißt der Veteran, anfangs versetzt. Vor vielen hundert Jahren sind sie hierher gekommen, in Zeiten Ivan des Schrecklichen. Sie nannten sich die Pomoren, die am Meer wohnenden, weil alle anderen Russen fern der Küste lebten. Die ersten russischen Fischer auf dem Meer, doch der Zar verbot ihn weit auf See zu fahren, damit sie ja keine Fremden treffen. Alles hat Tradition in Russland. Die Hafenstadt heißt Belomorsk, die Stadt am Weißen Meer. Name und Lage adeln den Ort, aber es ist ein Adel ohne jeden Stolz. Und nicht nur, weil es tiefer Winter ist. Ein Hafenkapitän und fast keine Schiffe. Und keiner, der ihm per Funk baldige Ankunft verspricht. Um ehrlich zu sein, das Leben hier ist nicht besonders toll. Wir haben praktisch keine Arbeit. Das Interesse für den Norden ist verflogen und der Kanal liegt auch im Sommer still. Und der Hafen? Der Hafen arbeitet nicht, denn es gibt keinen Frachtverkehr mehr. Es gibt überhaupt keine Schiffe. Und wie kann man hier leben, wenn der Hafen nicht arbeitet? Nun, wie? Wo sollen wir denn sonst leben? Wissen Sie, nicht jeder kann gehen, wohin er will. Die Menschen haben sich einfach an alles gewöhnt. Der Stern ist vergilbt, der einst den Weg in die Höhen einer lichten Zukunft wies. Die großen Pläne und Ideen, ihr düsteres Erbe, lastet schwer auf den Provinzen. 800 Kilometer nördlich von St. Petersburg. Für Russland keine Entfernung. Und doch jenseits der Metropole ein anderes Land. Der Kanal verbindet die Welt nicht. Seine tragische Geschichte steht am Anfang unserer Reise. Schifffahrtsweg von der Ostsee zu den Meeren des Nordens sollte er sein. In Erinnerung bleibt er als ein Grab für viele Zehntausende. Mit den Händen haben sie graben müssen und mit Schaufeln und Spaten. So viele Menschen sind hier gestorben. Auf den Knochen der Menschen wurde der Kanal gebaut. Er ist als Kind dabei gewesen. Ein Zeuge jenes monströsen Versuches, Russland in die Moderne zu peitschen. Überliefert wird, dass Stalin die Trasse des Kanals mit dem Stiel seiner Pfeife auf der Landkarte markiert habe. Das erste seiner mörderischen Wahnsinnsprojekte, mit denen er die Wirtschaft entwickeln wollte. Gefangene aus dem ganzen Land wurden hierher geschafft. Intellektuelle, Professoren, Bauern, all jene, die in die Fänge des Terrors geraten waren. Zweieinhalbtausend Tote im Monat. Im Mai 1933 machte der Diktator die erste Fahrt. Obwohl der Kanal viel zu schmal und nicht tief genug, ließ er ihn feiern als kommunistischen Sieg. Ob des großen Erfolges ließ Stalin die Zigarettenmarke Billo Morst schaffen, die zu beliebtesten des Landes wurde. Jetzt mit dem Hinweis versehen, das Rauchen der Gesundheit schade. Alles andere vergeblich. Der russische Mythos vom Norden, vom freien und reinen Leben. Während Sibirien schon erschlossen wurde, blieb dies eine lange vergessene Region. Die Landstraße nimmt ihren Anfang in Sankt Petersburg an der Ostsee gelegen. In Billo Morst trifft sie auf die Küste des Weißen Meeres. Wie auch der Kanal, der die beiden Meere verbinden sollte. Nördlich vom Billo Morst wird der Polarkreis überquert und dann öffnet sich die Halbinsel Kola. Ganz im Norden, Murmansk, der Hafen, der im Winter eisfrei bleibt. Die Küstenregion abgeriegelt als militärisches Sperrgebiet der U-Boot-Flotte wegen. Im Hinterland die Bodenschätze und giftige Industrieanlagen inmitten der Natur. Die Küstenregion abgeriegelt als militärisches Sperrgebiet der U-Boot-Flotte. Das Fischerdorf Umba. Acht Monate im Jahr sind Bucht und Meer zugefroren. Alexei zählt sich zu den Nachfahren der Pomoren, jener Russen, die stolz darauf sind, am Meer zu leben. Wie ein Held aus dem Märchen. Einer, der sich dem allgegenwärtigen Verfall widersetzt. Bootsbau, damit er in der langen Winterszeit nicht ohne Arbeit ist. Die Holzzwingen hat er selbst gebastelt. Vor sechs Jahren lebte noch ein alter Schiffsbauer. Zudem ist er in die Werkstatt gegangen. Ich musste mir nur ansehen, wie alles gemacht wird. Wie man mit Holz umgeht, wusste ich schon vorher. Ich habe zugesehen, wie er ein Boot gebaut hat. Ich bin heimgegangen und habe selbst angefangen. Wie haben sie gelernt, die unterschiedlichen Typen zu bauen? Um das zu verstehen, muss man am Meer aufgewachsen sein. Man muss es lieben und oft hinausfahren. Ein stolzer Hausherr, mit Möbeln aus der eigenen Werkstatt. Doch für das Dorf befürchtet er den Niedergang. Es wird getrunken. Und wie? Wie soll man das beschreiben? Nun, wie die Schweine, kann man sagen. Warum? Es ist die Freiheit. Viele können sich nicht daran gewöhnen. Sie leben wie im alten System. Daran sehe ich das Problem. Sie hatten im alten System einen Platz und können sich jetzt nicht anpassen. Und sie haben keine Wahl? Für viele gibt es keine andere Wahl mehr. Und viele sind schon verloren. Sehr viele sind verloren. Die Freunde von Alexei sind Fischer. Im kurzen Sommer auf dem offenen Meer, im langen Winter auf dem Eis. Früher haben sie auch in einer Holzfabrik Geld verdient. Doch die hat dichtgemacht. Am Ufer warten auf den Fang. Über dem Feuer das Wasser für die Fischsuppe. Ein Dorf ohne Zukunft, sagen sie. Die Vorzüge der Demokratie haben Umba nicht erreicht. Es stellt sich doch die Frage, was sich verändert hat, seit es den Sozialismus nicht mehr gibt. Nichts hat sich verändert. Kein bisschen. Aber jetzt gibt es die Freiheit. Ja, es gibt die Freiheit. Aber dadurch ist nichts besser geworden. Man kann sagen, was man will. Aber das Ergebnis ist null. Früher durfte man nicht alles sagen. Aber man hatte etwas. Heute kannst du sagen, was du willst. Aber es bringt nichts. Die Gewässer leer gefischt, weil der Fischfang zur einzigen Einnahmequelle geworden ist. Heute wieder nichts. Das Geschehen folgt einem geflügelten Wort in Russland. Wir haben das Beste versucht, aber dann kam es, wie es immer kommt. Ein Fischzug, der nichts gebracht hat, aber gleichwohl einen befriedigenden Ausklang verdient. Ausklang verdient. Da sei es bereit hat. fucking Place第二個 Case får�� zusammen. Da wunderbar nochuses ab und zu der Friede. Mer Paradise Transparenz Auf dem Weg nach Norden. Das Klima wird rauer, dort wo die Cola-Halbinsel zur Schatzkammer wird. Schneesturm, der die lange Nacht noch dunkler erscheinen lässt. Leben nördlich des Polarkreises, die Stadt Montschegorsk. Die Schatzkammer, das sind die Bodenschätze und dazu gehört das Inferno, in dem sie verwertet werden. Nickel, Kobalt, Kupfer, so viel wert wie ein Königreich. Und es gibt auch einen König, aber der lebt in Moskau. Die Dämpfe von Schwefeldioxid und metallischen Giften haben das Land weit umverseucht. Auch dies ein Projekt der Stalin-Zeit. In Sowjetzeiten waren sie Spitzenverdiener, heute reicht es gerade zum Leben. Sergej ist schon Rentner und kann doch nicht fort. Ich habe nicht genug Geld, um wegzuziehen, sonst wäre ich schon längst weg. Meine Eltern leben im Ural. Ich denke oft darüber nach. Vielleicht werde ich bald gehen, wenn meine Tochter selbstständig ist. Jetzt kann ich einfach noch nicht. So geht es den meisten, die älter sind. Früher zogen viele mit erspartem Geld in den Süden. Doch die Ersparnisse gingen verloren in den Rubelturbulenzen. Lenin wacht noch immer über dem verlorenen Reich. Die neuen Hausherren sind diskreter. Das Werk, Teil eines Industrieimperiums, auf undurchsichtigen Wegen in den 90er Jahren akquiriert. Wie in Sowjetzeiten wird der Konzern von Moskau ausgesteuert. Dort bleibt auch das Geld. Die Gifte haben die Landschaft gezeichnet. Im engeren Umfeld wachsen überhaupt keine Bäume mehr. Eine Region, fast halb so groß wie die Bundesrepublik. Erschlossen nur dort, wo sie ausgebeutet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nur auf dem Luftweg sind Dörfer der Urbevölkerung zu erreichen. Keine Straße führt dorthin, weder im Sommer noch im Winter. Das Dorf Krasnoscheli wurde wegen Geldmangels schon seit Wochen nicht mehr angeflogen. Mit Dankbarkeit nutzen sie unseren Flug zum Transport. Nahrungsmittel, Medikamente. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Empfangskomitee. In Aufregung, nicht wegen der Journalisten, sondern wegen der Ladung. Musik Ein Dorf der Rentierzüchter. In Sowjetzeiten mitten in die Wildnis gesetzt, damit auch die Samen in sozialistischer Ordnung leben dürfen. Musik Sie sind Verwandte der Samen in Skandinavien. Aber mehr noch als dort hat die Geschichte hier ihr Volk aufgerieben. Den alten Traditionen entwöhnt vor neuen Bedrohungen. Großmutter Antonin